In Bayerleins Landgasthaus und Hotel im Kallenberger Ortsteil Reichenbach fühlt sich der Gast wohl. Mit viel Flair wird man hier bereits in der Lobby empfangen. Der Hotelbereich bietet den Gästen 33 modern ausgestattete Zimmer. 28 davon sind Doppelzimmer, 4 Einzel- und ein Vierbettzimmer für jeden etwas. Besonders interessant ist Bayerleins Landgasthaus und Hotel für alle, die eine große Feier planen, aber sich dabei gemütlich zurücklehnen wollen, denn hier können auch sie ihre Familienfeier durchführen. Familienfeiern heißt Hochzeiten bis 160 Personen, eine goldene Hochzeit, eine silberne, eine grüne Hochzeit. Es kann ein Geburtstag sein, es können auch kleine Feiern sein mit 20 Personen. Also wir können eigentlich von 5 Personen bis 160 Personen im Haus Familienfeiern durchführen. Ideal sind dabei die vorhandenen Seele gepaart mit dem reichhaltigen Angebot des eigenen Restaurants. Es wird für sie an alles gedacht. Und selbst wer seine Familienfeier weit ab vom Trubel der Großstadt durchführen möchte, der ist hier ideal aufgehoben. Die Gäste können sich, wenn gewünscht, am späten Abend in die Zimmer des Hotels zurückziehen. Gemütlich wirkt auch das Restaurant, in dem der Gast natürlich auch ohne besonderen Anlass die gute Küche des Hauses genießen kann. Im Sommer ist das auch auf der großen Sonnenterrasse möglich. Da fühlen sich eigentlich unsere Gäste sehr, sehr wohl und wir haben auch große Freude, weil sobald schönes Wetter ist, ist die eigentlich immer sehr gut besucht. Bayerleins Landgasthaus und Hotel hält für seine Gäste auch immer wieder besondere Specials bereit. Informationen dazu und zu allen anderen Angeboten des Hauses finden Sie auch im Internet unter Bayerleins.de